und damit ein herzliches willkommen zurück zu space engineers mit der fleißigen biene der die decke gerade schweißt nur alli hallo grüßt euch so ein bisschen was haben wir schon vorbereitet alter wird der graus wie kommst du auch ein bisschen naja weil ich meine ja und so scheiße ich das sonst nicht sehr doof was siehst du nicht weil ich muss es hat anmachen sonst sehe ich nicht ob das schon mit grüßen sind oder nicht hallo schuldigung die kleine saftschubser passiert passiert im gefecht im alfa das würde ich dir auch nicht verraten zumindest nicht freiwillig und im vollen bewusstsein wir müssen mal wieder also wenn das so warum am start ist müssen wir wieder zusammen die simulation starten so so sich schlacht simulation ist zum beispiel meiner ne das mit dann doch zu sehr gefecht auch doch da bauen wir uns einen schönen vr also ja weil genug rechenleistung hat das ding auf jeden fall oder ja das sicher dann holen wir noch ein anubis und auch wie sie nicht alle heißen hier animus und machen wir hier mal so eine kleine simulation dazwischen oder simulationspausen holiday special victim ja sowas in der ort obwohl ja urlaubsdeck wir haben so ein verschleiß an stahlplatten ja ich glaube nicht nur an stahlplatten ja auch am battle grüße und an weldern und an die welder nutzen sich doch nicht ab naja sei froh wäre eigentlich auch mal eine coole funktion ja wäre eigentlich auch eine normale funktion würde ich jetzt mal festhalten so war es netzen jetzt hast du die wand hier weitergemacht ja ich würde sagen fußboden habe ich mir bis zum schluss auf weil da brauche ich nur noch unten gucken das ist so deprimiert ja da muss ich dann mal den kopf hängen lassen ach ja ja meine antidepressiva helfen doch nicht mehr du bist schuld ob wir mit denen bisschen material noch hinkommen was wir noch auf reserve haben ja wenn ich muss zwischendurch mal ja noch was holen gehen ich meine hier was die assembler gerade produzieren weil irgendwie waren ja so knapp rund 60.000 stahlplatten fertig ich habe irgendwie so den leisen verdacht dass das nicht ganz reichen wird hm ja da wird es bei den metal grids nicht anders aussehen wieso wie viel hat es denn da gemacht? 10 ne und ich habe jetzt aktuell also es war ein bisschen mehr wie 10 ne aber die nehmen sich auch arg weg sind jetzt schon wieder knapp 2000 habe ich bestimmt schon wieder verblasen krass und das jetzt nur an der wand wo du jetzt bist hahaha ey das ist so material und wendig hier sehr wahnsinn tja es ist ja auch heavy armor ja na komm das ding muss aber ordentlich geschützt sein ne ist richtig wie vor wie vor angriffen wie vor strahlung und so ja aber weißt du was das cool ist äh selbst wenn hier auf der station mal ein feuer ausbrechen sollte was ich für recht unwahrscheinlich halte äh in den serverraum kann es nicht rein ne das stimmt es ist kein lauerstoff da es ist kein lauerstoff da es ist richtig aber sollten wir uns da vielleicht auch noch ein strom backup anlegen äh also ein zwei batterien ja wahrscheinlich nicht die verkehrteste idee weil falls es dann hier weißt du mhm damit der server wenigstens nicht abschmiert ja ja das ist auf jeden fall eine gute idee so wo machst du jetzt weiter hier an der wand ja 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 und über den steilplatten alle ach man das wird noch ein bisschen so weiter gehen mhm also wie gesagt jetzt ist es der hin und her laufle simulator war richtig oh entschuldigung ja und ab und zu mal ding dong oh gott du hast jetzt nicht wirklich ding dong gesagt oder doch hab ich was du rein interpretierst oder irgendjemand anders ist mir egal stehst du oh man nur die mit den schlimmsten gedanken kommen oder sowas also hier da fehlt noch die wollte ich ja nicht ganz fertig schweißen ja soweit war ich noch nicht weil wie gesagt meine metalgrids sind ein bisschen schneller alle wie deine stahlplatten naja gut ich schaffe vielleicht auch gerade mal so acht oder neue blöcke mit stahlplatten ich hab irgendwie gerade so ein komisches ne als ob der manchmal wenn ich die stahl wenn ich die wenn ich die metalgrids ansetze dann sind die manchmal dann blinkt das immer so komisch und dann sind immer immer keine mehr drin aber die sind nicht weg weißt du wie ne also die zahl geht von null auf weiß 50 und dann geht es auch wieder zurück auf grau und dann geht es wieder ganz schnell auf 50 ich hab keine ahnung was du meinst ne gott dann nicht genau versteht mich ja ist doch standard bei dir oder hey wenn du jetzt da bist wo schon stahlplatten komplett sind dann kannst du die auch fertig schweißen ja ach so ach so ja jede mann macht er denn keinen sinn ne da war noch nicht fertig äh halt musst du mir den ehren merken ist jetzt auch alter jetzt volle ich echt langsam das gefühl für oben und unten so schlimm ja was hat da noch gefehlt ach hier ja metalgrids fehlen da noch der rechte ja ja ich kann leider nur fünf ich kann leider nur fünf blöcke mitnehmen und dann bleiben acht übrig mhm für mehr reichtet in winter auch nicht hier war auch schon was dran ok aber durcheinander machst du das nicht ne 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 mach das schon ja oh meine magie ist fast alle weil sonst komme ich ja selber durcheinander weißt du mhm also dann können wir auch gleich mal hier sauerstoff aus auffülle und das hier machen so auffülle 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 ja geht voran mit der energie hier das sieht doch gut aus weißt du das fehlt eigentlich auch noch so eine batterie für das inventar dass die energie sich auch auffüllt wie mit den bottles dann hat es ja noch weniger platz achso du meinst du eine tragbare batterie ja genau stimmt das wäre auch eine geile sache ja das wäre auch fetzig ich fange jetzt einfach mal hier ah ja hast du schön gemacht ihr habt ja es gibt irgendwo blöcke wo ich schon mal war echt wirklich da gibt blöcke ja ja es gibt blöcke da hatte ich schon mal böcke äh hey sau du so machen wir nur die stahlplatten alle also ich glaube für den fußboden und dann müssten die metalglids auch schon wieder alle sind na 8000 haben wir noch so so wir müssen halt erstmal kurz was anderes machen ja hier jetzt da war fertig der war auch gut dann fange ich jetzt hier unten in der Ecke an hm ich fange am besten aber hinten an bitte ja ja hinten zur Treppe zu ja ja und der Weg nämlich immer kürzer genau richtig kannst du vorstellen wir hätten jetzt kein Elitewerkzeug wie lange wir da brauchen wir noch nicht fertig zu schweißen ich glaube da wird man alleine in der Woche an diesem ne wird länger sogar ja alleine für so einen Heavy-Armor-Block bist du wahnsinnig könnte man jetzt eine Staffel mitmachen boah hm ob sich das einer angucken würde hm also die erste Folge auf jeden Fall danach weiß ich es nicht mehr so ich glaube nicht einmal zweimal zweimal und wir könnten jede Folge nennen wieder ein Block fertig ja das ist geil hm 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 und damit es nicht immer dasselbe wird kommt dann ein neuer Block ist fertig hm 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 das ist mein Lieblings-Block hm 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 und ab Folge 30 fangen wir wieder von vorne an ja da fällt es nicht mehr so oft weißt du da hat schon keiner mal mitgezählt hm ja da vor allen Dingen äh da sind wir denn soweit dass wir sagen ähm da haben wir uns dann verbaut und dann fangen wir nochmal ganz von vorne an äh ganz ehrlich dann würde ich aussteigen oder kommst du wieder wenn soweit ist ja wenn du dann fertig bist ja hm hm ich mach dann Urlaub hm Stilplates naja doch ja also die Stilplates reichen auf jeden Fall naja mal gucken naja doch das könnte mit den ja doch die 8000 müssen oder ich müsste gar welche übrig bleiben naja ist doch nicht so als wenn wir noch welche bräuchten weißt du hm hm und wieder Stilplatten alle aber ihr seht meine Damen und Herren es geht voran hier im Serverraum mal gucken vielleicht kriegen wir es ja die Folge sogar noch hin den ersten Zogen zu stellen das wär schon nicht schlecht hast du hier vergessen zu schweißen? ach ne da haben Stilplatten gefehlt ne da haben Stilplatten gefehlt ach ich glaub unter der Treppe müsstest du nochmal ich weiß nicht ob ich da rankomme ach so wir nehmen die Treppe nochmal weg oder so doch viel einfacher als die Blöcke da wegzunehmen jo aber das können wir dann machen wenn wir da sind mhm auf jeden Fall was ach ach machst du hier was noch nicht grad da unten ja ja ich hab irgendwie Sehnsucht nach dem Cargo Container ja ja der hat's mir echt angetan dein Lieblings Cargo ja 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 kann dir nicht mal sagen warum ey so wahrscheinlich war da mich erfüllt mit Metal Grits ok das klingt jetzt oder ganz verkehrt ja das ist nur das was du rein interpretierst ne nicht nur ich glaub's mir nicht nur ich aber das wird nochmal ein Haufen Arbeit in die KI darüber Prüfprogramme laufen lassen oh Gott ja so zwei Wochen können wir rechnen ne ja ne zwei Wochen glaub ich nicht sag mal bei der Rechenleistung die das Ding dann hat ja gut ja das letzte mal hatten wir bis vier das letzte mal hatten wir bis vier das letzte hatten wir bis vier server da ist er ja schon am Prüfsystem gescheitert ja 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 die liefen ja auch hin und dann das war ja äh äh qual das waren ja zwei Server die dann die Spiegel liegen mhm jetzt haben wir hier aber vier Server die dann weiter und dann laufen also ja das dürfte ja nun richtig schnell gehen eigentlich mhm schauen wir mal so Stahlplatten bin ich jetzt soweit durch dann helfe ich dir nochmal schnell mit der mit dem Metal Grids weil dann können wir hier drinnen erst mal wieder die Luft anmachen richtig so Metal Grids weil es atmet sich doch leichter ohne Helm naja auf jeden Fall macht es das Bauen wesentlich leichter ach stimmt du hast ja die Treppe weggenommen du Sack tja vorhin noch mein ach schön dass es ein Jetpack gibt mhm ja das war für die Decke ahhh für die Decke so siehts aus mal was hängt man an der Lampe in der Decke äh was hängt man an der Decke in der Lampe ja ich weiss ja ja alles klar du der ist jetzt durch die ja auf jeden Fall würde ich sagen wenn man eine Glühbirne auswechselt ist das Jetpack schon nicht verkehrt das ist ja nicht wie auch du jetzt hier schon eine Glühbirne gewechselt hast aber hier ist alles auf LED Technik warte 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 musst du mal was zeigen wie schnell das geht dell So er war schon bestimmt noch ein bisschen was in den Täsch aber nicht mehr viel Ich bin auch schon wieder leer. Die gehen weg du, die Battlegrids. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, keine Arbeit ohne Verschleiß. Nein, das ist wohl wahr. Gut, solange wie bloß du verschleißt. Du mich auch. Du mich auch. Wenn ich mal die Blöcke fertig schweißen, ja der Junge. Hä, welche? Sind doch fertig. Derjenige wollte gerade nicht 100%. Nee, weil da die Battlegrids alle waren. Yay, Party! Party! Ach so, weißt du was wir vergessen hatten? Was denn? Den Airwend hier abzustellen. Wieso, haben wir jetzt ganz Rohstoff mehr? Äh, doch. Aber der pumpt jetzt gerade wieder, wo es voll ist, Sauerstoff rein. Wir haben gerade auf den ID-File, wo er nach dem Motto, jetzt Luftdicht, wie kriegen wir Luft rein? Äh, hier waren Airwend die ganze Zeit. Also bei Low sollte man den Helm noch nicht aufmachen? Äh, nein. Erst wenn da steht High. Und es ist Grün! Grün! Oh, ja. Ich schreie doch nicht so. Grün! Na? Hat er jetzt noch? Er ist schon auf 3. Luftdicht. Jetzt. Jetzt. Ah! Siehste, hat er klappt. Ach, ist die Tür jetzt wieder aufgemacht? Naja, ich hab die Tür nicht so aufgemacht. So. Einmal aufgefüllt hier. So, dann wollen wir mal Servers bauen, ne? Brauchen wir dafür. Oh, Programmable Blocks haben wir hier. Ah, Stahlplatten. Wer hätt's gedacht? Ja. So, gut. Da machen wir uns erstmal damit. Welche V machen wir? Die dekorative ist rot, oder was? Für einen Server eigentlich nicht verkehrt, ja. So. So, wie verteilen wir die jetzt so? Wir können eigentlich... Gucken wir mal. Ne? Ne. Da. Warum dreht der die denn immer? Du? Hallo. Drück mal T. Ne, hab ich schon. Ach so. 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 Willst du die wirklich so hinstellen? Ich hätte sie eher in die Mitte des Raums und dann hier so auf der Linie hingestellt. Acht. Äh. Die Viere nebeneinander gegenüber. Aber weißt du, was wir hier hinkriegen? Ach so. Wir machen einfach sechs Stück. Lassen die redundant laufen. Wir haben den Platz. Jetzt stellt der sich genau in die... Mensch, ja, bleib locker. Ne, nicht bei dir. So. Ich rede nicht von dem Muskel. So, so sieht doch gut aus. Das könnte man auch annehmen, ja. Warte mal. Und damit die hier... Machen wir nochmal weg. Die kommen nochmal eins reingerutscht. Damit Platz zur Wand ist, gell? Richtig. So. Warte mal. Können wir doch eigentlich... So. Ich verstehe nicht, warum der den immer wieder in eine bestimmte Richtung wegdreht. Ja. Ist alles so unverständlich wie zur Zeit gerade hier. So. Jut. Also ich mach Stahlplatten. Du kannst dich mal mit dem nächsten mit Construction Components und Large D-Tubes... Äh... B-Waffnen. B-Waffnen. Dann mache ich Motoren, Computer und Display. So. Motoren... Displays... Oh, schon voll. Äh... Toll. Large D-Tubes kann ich gerade mal 100 Ains mitnehmen. Das... Das reicht, das reicht. Äh... Du brauchst nicht so viel. Ich glaube du brauchst bloß 4 Rohre für einen. Ne. Zweie, du. Zweie. Ja, dann gehe ich erstmal mit Large D-Tubes durch. Oh, die Construction Components? Lässt er. Vorerst. So. Achso. Batteries wollten wir noch mal. Die hängen mal an der Decke, oder? Ja. Würde ich sagen. Dekoratives Licht. Obwohl sie keins schmeißen. Ja. Konstruktion Components. Mache ich da mal schnell. Der Dante hier keinen Bock hat. Ja. Du kannst sie den aber mal fertig schweißen hinter mir. Wieso, die sind doch fertig? Ne. Der Block sieht fertig aus. Ich bin 100% geschweißt. Mann. Ja, geht doch los. Hör doch nicht auf das, was ich sage, sondern weiß doch einfach mal, was ich meine. Ne. Doch. Ne. Ne. Das geht mir eindeutig zu tief. Oh Gott. Aber eindeutig. Aber eindeutig. Interior Plates haben wir noch. Ach da wieder noch ein paar. So. Alter, das ist mal ein Serverraum, ey. Ja, der hatte mal Rechenbums. Fett. Ne. Rot wollten wir nicht. Wir wollten das Ganze in Blau haben. So. Guck mal. Ups. So. Guck mal. So. Hubella. Ähm. Ich brauche mal noch ganz kurz ein paar Small Steel Tubes. Ähm. Tubes. Willst du den, willst du den, ähm, Dings eigentlich fertig machen oder willst du den so unfertig da lassen? Also die hier vorne wollte ich so fertig machen. So. Bei den anderen weiß ich es noch nicht. Wollen wir mal gucken, wie es dann aussieht. So. Die, äh, Katzenteile brauchen wir jetzt hier. So. Dann kann man nämlich hier lang gehen. Da würd ich aber auch schon sagen, dass wir den fertig machen, oder? Ja. So. Einmal so durch, oder? Sieht vielleicht besser aus, wenn der fertig ist. Ah, ne. Halt. Stopp. Dann komm mal da zurück. Dann mach mal hier. Aha. Ich hab noch einen ganz geilen. Dass du nochmal, dass du nochmal in der Mitte lang, lang laufen kannst. Hm. So. Und. So. Aber. Das hat noch einen Hintergrund, warum das Ganze. So. Zack. Ja. So. Drei. 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 Vier. Fünf. Zwei. So. Gut. Na dann. Ja. Ne. Dann lass die fertig schweißen. Zwei. Drei. Dann bringen wir doch hin. Ja. wie er da lang watschelt herrlich auch small steel tubes alle? ja na warte ich will noch schnell welche na hol mal tubes, small steel tubes ich brauch noch ein paar Stahlplatten das andere Gelumpe war schon alles drin ja da bin ich ja schon drüber geflitzt so naja hat was kann man nehmen so wie es läuft und hier brauchen wir mal die Lichterbums die Lichterbums so da kommen nämlich jetzt immer hier die Augen gelb damit es schöner aussieht hä, wieso kann ich da nichts drunter setzen? das ist ja doof ne, in der catwalk geht das nicht unter den catwalk geht das nicht doch eigentlich ging das wenn du so umdrehst ja ja dann machen wir es doch einfach so, ne so 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 und so so Dekoratives Gelb. Ja, natürlich. So, machen wir das jetzt hier raus. Hast du dich vom Branko angesteckt? Nö, Quatsch. So. Dann warte mal, lass dich mal kurz überraschen. Ich mache mal meine Helmfunsel aus. Ja, das ist eine sehr gute Idee von dir. Es war Licht. Warte mal ab, warte mal ab. So, warte mal. Lights, Server, Room, Server. So, machen wir das Fallout mal ein bisschen hoch, aber die Intensität runter. Und was hältst du davon, wenn wir das Ganze so... Ne, warte mal, das ist doof, da fehlt ein bisschen Farbe. Vor allem da ist das Rot von den Servern weg. Ja. Was hältst du davon? Das hat was. Von der Beleuchtung her hat's was. Ja, ja. Ja, pack mal deinen Walder weg. Hab ich. Und? Fertsch. Alles gut. Hä? Hm. Nicht nachfragen. Bestimmt dein... 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 Sauerstoffgemisch wieder nicht, oder was? Hm, hm. Das läuft. Hm. Ja, doch. Also, das hat was hier. Ja, doch, das... Die Funsel hat was, ja. Die Funsel hat was. Was hat das? Also, mir gefällt das. Mir gefällt das, okay. So, wie machen wir das nur mit den Batteries? Äh... Weißt du was? Die setzen wir hier einfach unter die, ähm... Unter die Treppe? Ja. Ja, klar. Stimmt, da ist genug Platz, ja. Batteries hier. Die machen wir... Barts. Schwarz sieht cool aus. So. Äh... Achso. Construction Components hatte ich noch. Das ist hier was. Äh, so. Stahl. Wir brauchen bloß noch Computer und Power Cells. Computer und Power Cells. Hm. Da müssen wir mal klitzen. Haben wir noch Power Cells, Power? 200 Stück haben wir, ja. Reicht nicht ganz. Kriegst du aber bis 86 weg. Ich hab jetzt weniger, weil ich noch von dem anderen Zeugs Material, du war... 120 pro Stück, ne? Ja. So. Das war's schon. Dann... Äh... Also noch 40 Stück brauchen wir, ja. Bei 200? 125 mal 2? Ja. 40 Stück. Hast du das andere Zeug? Hast du die, hast du die Computer schon komplett rein? Nein. Nimmst du dabei, ich hab... Ach nee, kannst du ja nicht. Ja. So. Die können wir auch erstmal abbrechen. Die brauchen wir alles später. Später? Das ist jetzt hier so Dekoarbeiten, das macht richtig Spaß. Fensterblöcke. Fensterblöcke. Ähm... Wir nehmen mal die... Entschuldigung. Können wir nicht eher woanders rummachen sollen. Hä? Was willst du anders rummachen? Die Fenster. Ne, wieso? Oder wo willst du die Sliding dorthin setzen? Na hier in der Mitte, ja. So, und hier... Das ist jetzt gerade. Eigentlich wäre ja so viel besser. Machen wir so. Zack. Äh, das Fenster ist verkehrt rum. Ähm. So rum. So, hier kommt dann die Sliding. Ne. Andersrum, oder? Andersrum, ja. Ja. So rum. Jetzt hast du es von... Jetzt hast du es von innen dunkel dann. Ja, ja, so ist es ja gewollt. Dass man quasi von außen hier reingucken kann, ob der bei drin ist. Und hier quasi in den Zorberraum. Und das mit dem Zorberraum muss ja eh keiner rausgucken. Richtig. Soll ja eigentlich auch keiner drinnen rumrennen. So, so looks it out. So, jetzt brauche ich noch Stahlplatten. Und jede Menge anderen. Schnorch. Steelplates. So, also warte mal. Wir brauchen davon. Nehmen wir einfach mal 100 Stück mit. Dann nehmen wir davon noch welche mit. Und davon welche. Wir brauchen nochmal ein paar Motoren. Wir brauchen ein paar Computerkomponenten. Und ich glaube ein bisschen Bulletproof brauchen die Teile auch. So. Gucken wir mal. Ob es das war. So. So, ich habe alles besorgt. Ja, Small Steel Chips fehlen noch wieder. Ah, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Also wieder an die Tubekiste. Ich wollte sie noch einpacken, aber dann war ich voll. So. Und so. Na. So, wunderschöne. Wunderklärchen. Sieht fertig aus. Noch ein Buttonpanel oder? Fürs erste, ja. Nein, jetzt geht es ja richtig. Es geht ja weiter. Jetzt müssen wir hier noch eine Erle konstruieren. Stimmt, ja, ja. Ja, ähm. So, Viewed in Serverraum. Lassen wir erst mal so. Da fällt mir bestimmt noch was ein. So, wie ich dich kenne, auf jeden Fall. Wieso ist das Battery? Doof. Äh. Äh. Das ist doch nicht die Battery. Warte mal. Oh. Apropos. Hier fehlt noch einer. Ja, eine ist noch nicht fertig. Ich gucke mal, ob die Power Cells fertig sind. Eins. Server. Room. Ähm. Das ist Battery 2 Server Room. So. Äh. Battery 2 Server Room. Mit Doppel O anstatt Doppel M. Ne? So. Ähm. Die können eigentlich permanent. Ja. So. Zack. Außerblendet. So. Lights. Die können wir auch rausblenden. Und dann bleiben hier bloß noch die Programmable Blocks. Die können wir auch erst mal rausnehmen. Und dann haben wir hier bloß noch die Sliding Doors. Aber irgendwie funktioniert das Turmel auch nicht mehr ganz. So. Das ist Sliding Door 5. So. Und das hier ist Sliding Door. Notstrom ist fertig. Warte mal. Schauen hat. So. Was ist jetzt hier was? Okay. Das ist Sliding Door 5. Also ist das Sliding Door Server Room Airlock Outside. Okay. Und das hier ist Sliding Door Server Room. Airlock Inside. Achso. Warte mal. Server Room. Und hier sehen sie eine Noir. Das ist echt seine Domäne. Da ist er gleich weg. Na was denn? Ja, ist okay. Alles gut. So. Ich hätte jetzt noch Sachen sollen. Wir müssen uns jetzt ruhig verhalten. Ansonsten könnten wir ihn verscheuchen. Aber das trifft ja auf dich nicht zu. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Die Tür zu. So. Dann. Warte mal. Aber mein Sechser. Was hältst du denn von der Idee? Wenn wir erst mal. Ach ist schon wieder soweit? Ich würde sagen. Ich war jetzt gerade so drin. Ich weiß. Oder wir machen ein bisschen länger heute. Nee. Machen wir nächste Folge. Machen wir nächste Folge. Du bist ja so schnell wieder drin in deinem Element. Das ist ja. Ja, 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 ja. Diese Folge wird es jetzt hier nichts mehr mit Airlock. Das machen wir auch nicht offscreen mit Absicht. Das machen wir extra mit euch zusammen. Aber hey Leute. Gute Nachricht. Das hör, worum steht. Ja. Man muss noch einen Betrieb nehmen. Ja. Das kannst du offline machen. Ich gehe schon mal. Ciao. Ja, genau. Leute, der schiebt mich schon wieder hier. Der fängt jetzt an zu spielen, weil er seinen zickigen Kopf nicht durchsetzen kann. Und das noch fertig macht. Wenn ich jetzt haut er mal ab. Jetzt geht der schwarze Mann in den dunklen Raum. Macht Licht aus. Hä? Was? Wo? Wie? Ja, ist mir egal. Machen wir Licht aus. Machen wir Licht aus? Wo denn? Was denn? Ah, deine Helmlampe. Habe ich doch. Ist doch aus. Ach, in den schwarzen? Ja, toll. Möööö. Loll. Was für ein Kack. Ja. Schwarzer Mann im schwarzen Raum. Nuance in seinem neuen Zimmer. Wer nur noch Helm runter. Danke fürs Zuschauen, Leute. Lassen wir ein bisschen Feedback da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es hier drauf und runter mit dem ganz normalen Wahnsinn weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein. Macht süd. Winke, winke. Tschüüüüüü. Vielen Dank.